Wir sind jetzt hier angekommen am Olympia Skatepark, gleich bei der BMW Welt. Schauen wir mal rein. Wenn wir hier reinkommen, fällt uns schon eine Sache ganz stark auf, ist dieser orange Vulcano da in der Mitte, kommt von Vulkan. Ganz schön ist hier die Vielfalt an dem Skatepark, also hier werden auch Ballfahrer auf ihre Kosten kommen und auch Streetskater. Hier hat man diese Box dahinten, paar Street Obstacles, paar Curbs, aber eben auch diese riesig große Bank hier und da kann man auch gut von der Quarter raus in die Bank reinfliegen und dann schön ausfahren. Schauen wir mal hier rüber zur Box, da ist die Box und auch noch eine ganz ganz kleinere Box daneben dran. Ist auch super gut, zum Beispiel für die Anfänger, die können einmal hier hochfahren oder die können auch hier runterfahren üben, indem sie einfach kurz mal auf die Tail und nach vorne lehnen. Oder auch zum Hochspringen, also ein ganz kleines, cooles Teil. Hier kann man auch noch leicht hochfahren und hier grinden. Ja, da ist auch sehr cool hier gebaut, dieses kleine Brickmuster hier. Fühlt sich auf jeden Fall cool an, wenn man seinen Boden immer hört. Cooles Teil. Ja, hier haben wir nochmal so eine kleine Bowl-U-Corner-Landschaft, Drop rein. Yes. Auch noch ein umtypisches Objekt in Skateparks ist dieser schöne Spine-Transfer hier, mit dem Barrier oben drauf. Spine-Transfer, Spine heißt ja Wirbelsäule, so eine Wirbelsäule. Also kann man oben rauf und wieder runterfahren auf der anderen Seite. Man kann aber auch hier oben irgendwelche Tricks machen und dann wieder auf der anderen Seite reinfahren. Ganz cooles Teil. Was ich auch noch sehr schön finde, ist dieser kleine Hügel dort, einfach zum rüberfahren. Das tatsächliche Highlight an dem Park ist aber tatsächlich für mich dieser Volcano. Da kann man einfach super drüber springen und coole Sachen machen. Ja, so viel war es schon zum Olympia-Skatepark. Schaut vorbei. Wir sehen uns dann. Und wenn ihr einen Skateboard-Kurs machen wollt oder mal Skateboarden lernen wollt, checkt unsere Website aus tomcatskate.com, da zeigen wir euch auch einen Online-Kurs zum Download, aber auch könnt ihr Kurse buchen für Privat-Couchings und euch das Skaten beibringen lassen. Viel Spaß dabei. Ciao. Bis zum nächsten Mal.